Gewaltfreiheit wirkt drei Fälle. Ich referiere die drei Fälle erfolgreicher und erfolgloser gewaltfreier Aufstände nach dem Buch Why Civil Resistance Works von Erika Ginovis und Maria Stephan. Dieses Buch hat mich im letzten Jahr sehr bewegt und ich wünsche ihm mehr Verbreitung als es bisher in Deutschland hat. Daher dieser Vortrag. Drei Fälle, die ich mir herausgesucht habe aus dem reichhaltigen Datenmaterial der beiden Autorinnen sind solche, die ich selber zunächst mal nicht mit gewaltfreiem Aufstand in Verbindung gebracht hätte als westliche Frau, die vielleicht deswegen am ersten die Methode der beiden Autorinnen zeigen. Es sind diese drei Fälle. Als erfolgreiche gewaltfreie Aufstandsbewegung möchte ich die iranische Revolution vorstellen, als teilweise erfolgreiche die palästinensische erste Indifada und als erfolglose den burmesischen Aufstand von 1988. Alle drei Bewegungen hatten keine gewaltfreie Theorie. Sie richteten sich nicht an Gandhi aus, auch nicht an Chinchab und sie waren trotzdem gewaltfrei. Wenn wir dieses Wort vom Faktum her und nicht von der Ideologie her betrachten. Zunächst die iranische Revolution. Die Vorgeschichte war, der Shah-Regime war im Lande verhasst, sowohl aus ideologischen Gründen, weil es als gegen die Religion gerichtet galt mit seinen westlichen Entwicklungsvorstellungen, als auch aus ökonomischen Gründen. Gerade die Händlerschicht hat sich sehr gegen den Shah gestellt. Der Shah war von den USA eingesetzt worden und galt als westliche Marionette. Außerdem war es sehr grausam. Die Gefängnisse waren voll, voll der Keller berüchtigt. So etwas führt natürlich zu Widerstand und in der Tat gab es zwei Gruppen im bewaffneten Widerstand. Das war einmal eine klassische antikoloniale Befreiungsbewegung, die Fedayin. Marxistisch inspiriert. Sie existierten etwa von 1971 bis 1979. Und dann waren es die Mujahedin oder die Volksmujahedin, wie sie heute heißen. Ab 65, 78 haben sie sich gespalten. Es ist relativ schwierig, da durchzublicken. Es ist jedenfalls eine Verbindung von Islamismus und Marxismus. Sie hatten und haben zahlreiche Anschläge ausgeführt, unter anderem auch in der Bundesrepublik Deutschland gegen die iranische Botschaft. Ihnen ist es gelungen, Folterer auszuschalten, was sicher auch zu ihrer Popularität beigetragen hat. Sie sind immer noch existent und sie stehen in Deutschland auf der Liste der Terrororganisationen. Berechtigt oder unberechtigt möchte ich hier nicht untersuchen. Warum blieb die Guerilla erfolglos, obwohl das Schar-Regime ja so verhasst war? Zum einen ist es dem Schar gelungen, die Guerilla unterwandern zu lassen durch seinen Geheimdienst. Und zum zweiten, wo sie militärisch tätig wurde, wurde ihr eine Niederlage beigebracht, durch die viel stärkeren Sicherheitskräfte. Hier gelang es also nicht, das Regime zu stürzen. 1976 hat sich die Weltlage ein bisschen geändert. Jimmy Carter wurde US-Präsident und propagierte die Menschenrechte auch in der Außenpolitik. Damit sah es für die Diktatoren dieser Welt schlechter aus. Somoza konnte gestürzt werden, Nicaragua und eben auch der Schar in Persien in den nächsten Jahren. Die liberalen Oppositionskräfte in verschiedenen Ländern der Welt nehmen den Präsidenten beim Wort und organisieren neue Ausdrucksformen des Widerstands. Was jetzt in Rahn angeht, so organisieren sich etwa ab 1977 die Anhänge des Ayatollah Khomeinis, und zwar primär bei religiösen Ritern. Khomeini selbst ist in Paris und verschickt Musikkassetten mit seinen Predigten. Religiöse Riten sind vielleicht deswegen wichtig, weil sie einen gewissen Schutz bieten. Die Ideen Khomeinis, auf Musikkassetten wie gesagt, verbreiten sich durch ein existierendes Netzwerk von 6000 Moschieren im Iran. Die Basaris sind auf Seiten der Opposition. Damit ist diese Händler-Zwischenschicht schon mal gewonnen. Und die Basaris haben natürlich ihrerseits auch gute Verbindungen. Der Schar versucht, die Opposition zu unterdrücken. Doch die zunehmende Repression führt zur Radikalisierung der noch Unschlüssigen. Und sie werden immer mehr. Wie sieht die Revolution aus? Zunächst mal gibt es Demonstrationen, die immer größer werden. Die sind extrem diszipliniert. Es gibt ein Befehl Khomeinis, auf keinen Fall Vorwände für Blutbäder zu liefern und das stritt gewaltfrei zu bleiben. In Gomm fliegt trotzdem ein Pflasterstein, worauf die Sicherheitskräfte in die Menge feuern. Es kommt zum Blutbad. Aber die Trauer um die Toten wird vom religiösen Brauch umfunktioniert zu einem politischen Manifest. Das kommt in der Zukunft häufig vor. Der Schar reagiert mit der Ausrufung des Kriegsrechts. Die Demonstrationen sind natürlich verboten, finden trotzdem statt und werden gewaltsam zerstreut. Daraufhin wird ein Generalstreik ausgerufen. Das Land wird lahmgelegt. Unter äußerem Zwang, durch die Sicherheitskräfte, gehen die Ölarbeiter in den Raffinerien dann auch zur Arbeit, bevor sie sich erschießen lassen, ziehen die Sicherheitskräfte wieder ab, ziehen die Arbeiter sich auch wieder zurück und streiken weiter. So kommt der Schar also nicht zum Zug. Jetzt wird es entscheidend sein, wie sich die bewaffnete Macht verhält. Eine Kampagne wird begonnen, die sich direkt an die Streichkräfte wendet. Sie soll nicht auf das Volk schießen. Der Scharpschef der Streichkräfte hält sie höchstens noch zu 55% einsetzbar. Das hat nur zur Hälfte. Im letzten Moment, da ist es schon zu spät, da er nennt der Schar eine neue liberale Regierung unter Bakhtiar, nutzt nichts mehr. Im Januar 79 muss er in die USA fliehen und Khomeini kehrt aus Paris im Triumph zurück. Jetzt beginnt der allgemeine Aufstand, in dem die Menschen die Kasernen umzingeln, die Soldaten entwaffnen. Es gibt nicht den befürchteten Bürgerkrieg. Die siegreiche Revolution setzt ihren Staat durch. So, das wäre schön, es geht aber weiter. Heute identifizieren wir den Iran mit dem Terrorregime. Wie kam es dazu? Die siegreiche Koalition zerbricht sehr schnell. Die Liberalen haben eigentlich keine Vorstellung, wie es weitergeben soll, während die Islamisten um Khomeini sehr konkrete Staatsvorstellungen haben, wie sie die Macht erringen und behalten wollen. Sie reißen sie an sich und schalten die anderen ein nach dem anderen aus. Die Reste der Guerilla, die es auch gibt, wollen einen bewaffneten Aufstand und liefern damit den Vorwand, brutal gegen Linke vorzugehen. Die TUDE-Partei, die kommunistische Partei, wird physisch vernichtet, die Leute umgebracht. Und das Ergebnis sieht dann so aus, dass 20.000 Menschen ermordet und fast 5.000 formell hingerichtet wurden. Die alte und neue Opposition ist zersplittert und hat keine Strategie dagegen. Und trotzdem, es war ein Beispiel für eine erfolgreiche, gewaltfreie Revolution. Hier schauen wir uns das Schema an. Was unterschied die gewaltlose Revolution im Iran von der bewaffneten Guerilla? Da fällt es mal auf, es ist ein Unterschied, ob zwei Millionen Menschen auf der Straße sind oder die Guerilla maximal 50.000 unter Waffen hat. Die Guerilla hat primär die männliche Stadtjugend angesprochen, Marxisten an der Universität, während die gewaltfreie Bewegung mehr oder weniger die gesamte Gesellschaft umfasst hat, auch die Mittelklasse, auch die Geistlichen, auch die Frauen, auch die Gewerkschaften. Der gewaltfreien Bewegung gelang es, den sogenannten Loyalty-Shift zu bewirken, das heißt, die Sicherheitskräfte zu neutralisieren. Sie hat ihre Taktik angepasst. Sie konnte die Repression zurücklenken, sodass je mehr die Repression, desto größer die Unterkunft betrachtet. Gut, die nächste Bewegung, die ich beschreiben möchte, kurz, ist die palästinensische Intifada von 1987 bis 92, die erste Intifada. Das fällt eigentlich in zwei Teile, werden wir sehen. Der Anlass ist kurz erzählt, es ist ein tödlicher Verkehrsunfall mit vier Toten, es sind palästinensische Tagelöhner, die nach Israel fahren, weil auf dem LKW, der LKW wird aufs Militärfahrzeug gerammt. Darauf gibt es Proteste, Demonstrationen, die Palästina-Flagge wird gehisst, Barrikaden mit Brändenreifen werden gebaut und das Militär wird konfrontiert. Das war natürlich nicht die Ursache, die liegt tiefer. Die Ursache war, dass die PLO, die damals in Tunis saß, stark an Einfluss verloren hatte, auch unter den arabischen Staaten, gelten die nur mal als lästig. Die Stellvertreterpolitik, die die PLO bis dahin geführt hat, steckt in einer Sackgasse, das heißt, die lokale Bevölkerung muss selber aktiv werden. Wenn wir heute über die Intifada sprechen, denken wir immer an Steine werfen und Selbstmordattentate und sowas. In der ersten Intifada waren 97% der Aktivitäten des Militärmeldete gewaltfrei. Das waren Massendemonstrationen, Streiks, zivile Ungehorsam, Passverbrennung, Steuerboykott, lauter Sachen, die man üblicherweise nicht sieht. Unsere Autorin hat es sehr genau ausgewertet, deswegen kommen sie auf 97% und nicht 95% und nicht 98%. Allerdings gilt diese Gewaltfreiheit primär für die Zeit vor 1990. Nachher nehmen Gewaltakte zu und prägen das Bild der Intifada. Besonders auch das Bild in Israel. Denn dort sieht man die zivilen Aktionen jenseits der grünen Grenze nicht. Es gibt auch kein Versuch der Führung Gewaltakte als kontraproduktiv abzulehnen. Das sollte sich noch als negativ erweisen. Wie sieht jetzt die Struktur der Intifada aus? Zunächst mal die PLO ist genauso überrascht wie Israel, versucht dann aber schnell die Führung zu erringen indem sie ihre lokalen Kader in besetzten Gebieten anweist. Die lokale Führung ist jetzt jünger, hat eher in der Uni studiert und ist auch eher demokratisch motiviert als die historische Führung die in Tunis sitzt. Überall bilden sich Volkskomitees die jeweils zu einer der vier PLO Fraktionen gehören. Die vier PLO Fraktionen sind die Fatah von Arafat die DFLP Demokratische Front zur Befreiung Palästinas die Volksfront zur Befreiung Palästinas und die Kommunistische Partei Palästinas. Diese bilden die UNLU United National Leadership of the Uprising das ist ein rotierendes Vierer Gremium das gibt Flugblätter mit Anweisungen heraus die werden auch befolgt sind durchnummeriert diese Flugblätter so dass für die Bevölkerung klar ist dass sie authentisch sind Es gibt Verbindungen zur PLO in Tunis aber es bestehen offensichtlich Differenzen bezüglich der anzuwenden Gewaltfreiheit also die PLO gibt mal aus dass man einen Israeli pro getöteten Palästinenser umbringt das wiederholt die lokale Führung nicht und sie tun es auch nicht Übrigens ist die kommunistische Partei PCP die einzige der vier Organisationen die explizit auf einer gewaltfreien Strategie bestehen und ist auch die einzige die lokal also in besetzten Gebiet ihr Hauptquartier hat Was waren jetzt die Ziele der Intifada Das nahe Ziel ist zunächst mal die Entflechtung der palästinensischen und der israelischen Ökonomie die waren zu dem Zeitpunkt sehr verflochten Die Landwirtschaft soll autark werden Israelische Produkte sollen boykottiert werden Man zieht sich aus der israelischen Verwaltung zurück Problem Viele Familien können nicht auf Lohnarbeit in Israel verzichten Ein weiteres Maßziel ist die Stärkung des Selbstbewusstseins sogenannte Empowerment Das gehen auf die eigenen Wurzel zurück gehen auf die eigenen Wurzel Ein Nahtziel ist auf internationaler Ebene wieder Interesse an Palästina zu wecken weil das war ja dabei unter zu gehen und als Fernziel steht natürlich der eigene Staat dabei noch zu definieren wäre ein Staat anstelle Israels oder ein Staat neben Israel Das kommt dann später Die Intifada hat insbesondere ab 1990 interne Probleme Der Islamismus wird stärker Er kommt primär von den Moslembrüdern Aus ihm gehen dann die Organisationen Hamas und Dschihad hervor die sich gegen die säkulare PLO wenden Die Propagierung der eigenen Tradition bedeutet natürlich auch dass die Tradition der Frau im Haus propagiert wird Die Frauen werden immer mehr verdrängt und das Bild das sie ursprünglich hatten Teilnahme an Intifada das geht immer mehr zurück Es gibt auch große wirtschaftliche Probleme denn die Streiks treffen die eigene Wirtschaft viel mehr als die israelische und die israelische Wirtschaft hat sich langsam auf Leben ohne Palästinenser eingestellt Die russischen Einwanderer kommen ihr zugute und sie holen sich Arbeitskräfte aus Fernost das heißt aber umgekehrt die Arbeitsplätze die weg sind für die Palästinenser sind dauerhaft weg In der Außendarstellung und in der Außenwahrnehmung überwiegt immer noch der Kult der Militanz wenn man sich die Wandbilder und so ansieht wird immer noch gezeigt Steine werfen und Molotow Cocktails werfen als Haupt Widerstand die Gewaltfreiheit die ausgeübt wurde wird nicht entsprechend offensiv propagiert es kommt aber auch tatsächlich zunehmend zur Militanz 1990 verübt die PLFP einen Anschlag auf dem Strand von Tel Aviv die PLO weigert sich ihn zu verurteilen darauf brechen die USA die Gespräche mit der PLO ab der Eindruck in Israel ist natürlich auch verheerend es kommt zwischen den Fraktionen Hamas und Fatah zunehmend zur Gewalt 1990 werden bereits mehr Palästinense intern getötet als Intifada abgebrochen wird trotzdem hat sie einige Erfolge erzielt international verurteilt der UN Sicherheitsrat inklusive der USA Israels unangemessene Gewaltanwendung gegen Zivilisten bei einem Versuch die Intifada niederzuschlagen es gab immerhin 650 Tote in 18 Monaten es gibt eine starke internationale Unterstützung durch zivilgesellschaftliche Organisationen durch NGOs die dann immer bei so Modellaktionen mitmachen es kommt zu einer Erneuerung der israelischen Friedensbewegung mehr Demonstrationen mit mehr Teilnehmenden und ganz neu und ganz wichtig es kommt zur selektiven Kriegsdienst Erweigerung in Israel im Jahr 1888 erklären über 500 wehrpflichtig in Israel dass sie nicht in den besetzten Gebieten Dienst tun werden das israelische Militär tut sich sehr schwer damit und Jordanien verzichtet auf die Westbank Jordanien hatte die Westbank ja annektiert nach dem Scheitern des UN-Teilungsplans und jetzt sagt Israel die PLO erkennt jetzt das Existenzrecht Israels an und kann damit Partner der USA werden in USA gibt es auch unter US-Juden starke Opposition gegen israelischen Siedlungsbau es kommt zur Friedenskonferenz von Madrid 1991 dazu muss man sagen die Friedenskonferenz von Madrid war von der palästinensischen Zivilgesellschaft da waren so Leute wie die Hannah Aschraoui dabei und so sie war jetzt nicht eine Funktionärskonferenz wie nachher Oslo ja nicht zuletzt 1992 wird in Israel Yitzhak Rabin zum Premier gewählt und 90% der Israelis unterstützen jetzt die Verhandlungen mit der PLO die ja vor kurzem noch strafbewehrt waren ja die Erfolge sind natürlich zum Teil zweischneidig es kommt zum Oslo Abkommen 1993 aber in Oslo war die lokale Bevölkerung gar nicht beteiligt auch Frauen nicht beteiligt es war wieder nur die Tunis-PLO das Abkommen ausgehandelt hat und einige Schwächen des Abkommens sind direkt darauf abzuleiten die Tunis-PLO kann jetzt zurückkehren nach Palästina das ist sehr schön das führt aber zur Auflösung von Basisstrukturen die sich gebildet haben die werden jetzt verdrängt durch die Rückkehrer die ihre Väternwirtschaft fortsetzen oder einführen und die auch international finanziert werden um die verschiedenen sonstigen Gruppen niederzuhalten schaffen sie zahlreiche Geheimdienste an das ist das was das Land am wichtigsten gebraucht hat gut könnte man jetzt sagen war ein voller Misserfolg aber auch die Misserfolge sind zweischneidig sicher es wurden beim Aufbau der PA der palästinensischen Administration Chancen vertan aber immerhin die Administration wurde aufgebaut der fortgesetzte Siedlungsbau Israel und die Rückkehr von Palästinensern zur terroristischen Strategie in der zweiten Intifada lassen zunächst mal wenig Hoffnung dass es weitergeht aber das Palästina Problem ist weiter auf der internationalen Agenda und kommt so schnell nicht mehr runter wichtig erscheint dass die Erfahrung gemacht wurde mit der Eigenverantwortung der Gesellschaft und den möglichen Erfolgen gegen die bewaffnete Macht wichtig war auch dass die gesamte Gesellschaft teilnehmen konnte an so einer Bewegung anfangs auch viele Frauen teilnehmen konnten dass man Erfahrung gesammelt hat mit dem Aufbau von Parallelstrukturen immerhin hat die Intifada mit gewaltarmer Mitteln in wenigen Jahren mehr erreicht als die PLO in Jahren des bewaffneten Kampfers auch wenn das Ende mit Gewalt überschattet war der Intifada es gab halt keine durchgängige Strategie der PLO die die Intifada und die Diplomatie zusammen denkt vielleicht wären wir sonst heute weiter hier ist unser Schema wieder bewaffnet und gewaltlos wenn man vergleicht die beiden palästinensischen Strategien so fällt zunächst mal wiederum auf an der gewaltlosen Strategie haben sich Hunderttausende beteiligt und bewaffneten Kampf Zehntausende Hauptsächlich ist es die männliche Jugend die bewaffnet ist sei es PLO oder Islamisten während beim gewaltfreien Kampf die gesamte Gesellschaft einbezogen werden konnte und sogar die palästinensische Diaspora es gelangt teilweise Sicherheitskräfte zu neutralisieren die selektive Kriegssitz Verweigerung ist ein deutlicher Ausdruck davon es gelangt teilweise die Taktik anzupassen an dem was jetzt gerade ansteht ist jetzt Streik sinnvoll ja nein es wurde vielleicht nicht genügend in der Richtung weiter gemacht immerhin die Repression Israels hat sich gegen jetzt kommen wir zu einem Misserfolg dem Aufstand in Burma 1988 machen wir ganz kurz seit 48 ist Burma unabhängig seit 62 leider Militärdiktatur gegen die gab es immer wieder Unruhen insbesondere auch der verschiedenen ethnischen Gruppen die es dort gibt die wurden gewaltsam niedergeschlagen 1988 kam es dann wegen der Wirtschaftspolitik zu einem Aufstand dieser Aufstand ging primär von den Studierenden aus daraufhin schließt das Regime Schulen und Universitäten es kommt zur blutigen Repression aber erst in einer späteren Phase suchen die Studierenden Verbindung zu den Oppositions Veteranen das in Burma ja auch gibt die auch schon einige Erfahrungen hält Teile der Arbeiterbewegung und buddhistische Mönche solidarisieren sich mit den Studierenden und es kommt am 8. 8. 88 zum Generalstreik ganz gewaltfrei ist der Aufstand nicht parallel gibt es auch bewaffneten Widerstand von einzelnen Gruppen und es ist eine undurchsichtige Gemengelage die die Tochter des Unabhängigkeits hält jetzt hervor sie war lange im Ausland gewesen sie findet massenhaft Anhänger und ist so eine Führungsfigur aber es gelingt nicht eine einheitliche Aufstandsführung zu etablieren es gibt auch keine gemeinsamen Forderungen das Land ist eher paralysiert die Regierung lässt dann doch Wahlen abhalten an denen die Opposition auch teilnimmt und wundersamer Weise gewinnt damit hat niemand gerechnet das Regime erkennt die Wahlen einfach nicht an und die Opposition versinkt jetzt eher in Agonie als dass sie wegen des Wahlbetrugs noch mal mobilisieren könnte der Aufstand ändert also in einer Niederlage keine gemeinsame Strategie von den unterschiedlichen Kräften war erkennbar es wurden auch keine Bruchstellen im Regime gesucht und nach dem Wahlbetrug kam es wieder verstärkt zu bewaffneten Anschlägen es war ein unklares Verhältnis zwischen Bewaffneten und Gewaltfreiheit Gruppen und doch 2007 also nach Redaktionschluss unseres Buches kam es neu zu Aufständen seit 2012 gibt es eine Demokratisierung in Burma nochmal unser Schema am gewaltfreien Kampf hat sich etwa eine Million beteiligt am Bewaffneten sind es einige Tausende es ist wieder nur die männliche Jugend die sich bewaffnet ländliche Kommunisten ethnische Gruppen während bei der gewaltfreien Strategie verschiedene städtische Gruppen aktiv sein können trotzdem gelingt es nicht die Sicherheitskräfte zu neutralisieren die Taktik bleibt unklar und beides scheitert appt zu re funzion individuell die � vers bald OHL